Fifty Languages Fifteen Fünfzehn Fünfzehn Fruits and food Früchte und Lebensmittel Früchte und Lebensmittel I have a strawberry. Ich habe eine Erdbeere. I have a kiwi and a melon. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. I have an orange and a grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. I have an apple and a mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe einen Apfel und eine Mango. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich habe eine Banane und eine Ananas. I am making a fruit salad. Ich mache einen Obstsalat. Ich mache einen Obstsalat. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Marmelade. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Sandwich mit Marmelade. Ich esse einen Sandwich mit Marmelade und Tomate. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. What else do we need? Was brauchen wir noch? We need carrots and tomatoes for the soup. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Where is the supermarket? Wo ist ein Supermarkt? Wo ist ein Supermarkt? Wo ist ein Supermarkt?